Was ist das überhaupt da, Gold? Du brauchst einfach ab. Aber Gold können wir ja auch ganz gut gebrauchen. Ach, wir brauchen bestimmt alles. Naja, jetzt brauchen wir ja Goldkabel. Ja. Ja, mal sehen. Gucken, was wir so brauchen. Aber wir kriegen jetzt ja auf jeden Fall immer das Doppelte an den Sachen. Haben wir denn schon Gold hier? Ja. Bisschen Wasser mal, ja. Hatte ich doch eine gute Idee, dass ich mich erstmal um das Zeug gekümmert habe. Oh ja, das stimmt. Auch wenn es zeitaufwendig war und teuer war. Ich habe dir schon mal so ein paar HV-Kabel gemacht. Uh. Und jetzt mache ich nochmal. Wollen wir auch so ein MV-Ding auch haben? LV und HV zum Ausprobieren. Ja, warum nicht? HV ist dann das High Voltage, ne? Ja. Müssen wir nur mal gucken, wie wir das Ding vollkriegen. Weil ich glaube im normalen Generator dauert das ein paar Wochen. Sehen wir dann. Ja. Ja. Wollte ich sagen. Aber wir müssen hier eh noch ein paar mehr Motoren bauen. Weil... Da können wir ja auch mal teure... Ah scheiße, ich weiß wieder was ich bauen wollte. Was wir brauchen. Wir brauchen... Lehm. Ganz viel Lehm. Ja, brauchen wir. Ja, brauchen wir. Da müssen wir ein Spezial-Furnace machen. Da können wir quasi alles reinschmeißen, was wir nicht mehr brauchen. Und er macht uns das wieder zu den Ursprungsressourcen. Ja. Beziehungsweise wenn wir da eine Eisenspitzhacke reinschmeißen. Ne? Ja. Gibt der uns Eisenwaren. Ja. Das Ding ist cool. Und da... Durch... Das... Den brauchen wir für... Manche Legierungen. Zum herstellen. Aha. Ja. Hm. Heißt bald gibt's Schippen. 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 Und Lehm suchen. Ganz viel Lehm. Ja. Ja. Ich war ja noch eine Weile wach heute Nacht. Also letzte Nacht. Hehehe. Ich glaube bis vier habe ich noch gemacht und geguckt. Im Wiki. Echt? Ja. Ich war so fasziniert von dem Kram. Hab ich ein bisschen länger gemacht. Das ist ja ein Ding. Ja. Aber es hat sich gelohnt. Würde ich sagen. Hätte ich doch fast das... Fasste Kohle vergessen. Fasste. 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 Hätte ich sie. Na ja. Ist eh nicht so viel. Ja. Ja. Aber ne. Klein Vieh und so. Ich bin ja gleich schon voll. Ein bisschen passt noch. Was bist du? Achso, das ist das komische. Okay. Nicolit habe ich auch gefunden. Ach ja. Ja, ich habe auch irgendwas gesehen, wofür wir das brauchen. Ich frage mich noch nicht mehr wofür. Wofür? Ganz klar. Licht. Für Licht? Nein, ich brauche Licht. Sonst hätte ich die Hälfte von den grünen Smaragden Saphiren übersehen. Echt? Ja. So, ein Slot habe ich noch frei. Okay. Ja. Ja, also gleiches Feierabend. Muss ich wieder hoch. Ah, hier ist irgendwo in der Nähe auch eine Höhle. Ich höre... Da ist schon mal Lava. Ich höre Zombies. Ganz nah. Zombies. Und hinter mir sind sie nicht. Oh je. Ich könnte ja mal gucken gehen, ne? Ja. Einfach noch so ein bisschen weiter. Ruddeln. Hm. Keine Ahnung. Ach so. Was denn? Keine Ahnung wo die sein sollen. Wenn sich anders wären sie rechts neben mir. Halt, halt, halt. Stopp. Moment. Oh. Oh? Da ist mir da gerade Lava entgegengeschossen. Oh je. Ey, komm nur zu dicht. Jetzt verschwinde wieder. So. Es ist dich auf die Höhle gefunden. Juhu. Am Ende meines Ganges. Ende des Ganges? Ende des Ganges. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Naaa. Ja. Oh, hier ist so viel Lava. Lava. Ja, stinkende, ätzende Lava. Oh, Wasser. Das trifft sich. Das trifft sich. Ja. Konnte ich wenigstens die Eisenrohrs ohne Probleme abbauen. Okay. Ohne dass ich Angst haben muss, dass sie mir runterfallen. Wusste ich's doch. Haha. Verstecken ist nicht, Freunde. Blaue Saphire. Kohle. Wollt sich verstecken. Hat sich so gedacht. Ja, vor mir. Nicht vor dir. Nein, nicht vor mir. Hat's geklappt mit dem LV, HV, MV? Äh, ja, ich muss gerade noch hier die Dinger durchsuchen, was das alles ist hier. M, M, F, Dingsbums, U und hast nicht gesehen. M, F, S, U, ist das M, F, S, U? Oh, ja. Oh, Laputron-Kristalle. Was für ein Ding. Lapislazuli. Oh, elektronische Zirkeldinger brauchen wir. Zwei Stück und Energiekristalle. Haben wir schon Energiekristalle? Nee, Energiekristalle kosten. Ach, Redstone und Diamant. Ja, genau. Diamanten hab ich 15 Stück dabei. Boah, ja, dann musst du zurückkommen, bevor wir das Ding bauen können. Ja. Also ich hab schon mal, HV-Kabel hab ich schon mal vier Stück gemacht. Oh. Vielleicht kann ich ja, was ist denn das hier, das MFE. Vielleicht ist das einfacher zu handeln. Oh, das braucht aber auch vier Goldkabel, Energiekristalle, brauche auch Diamanten. Äh, ja, mit einem Diamanten komm ich da nicht weit. Aber der andere, der läuft schon, der ist am Laden grad. Der LV. Ja, ja. Ja. Da hab ich jetzt schon ne Bohrer schon fertig. Weiß ich. Ich bin auf dem Weg zurück. Mach grad noch ein paar Batterien voll und so. Ja. Oder solche Sachen. Also hier unten kann man gleich mal zusammengucken gehen. Das war, sah interessant aus, die Höhle, die ich hier gefunden hab. Ja. Okay. Ich hab jetzt die ganze Zeit gestript, meint, ne? Und ich hab seit der letzten Viertelstunde nichts mehr gegessen. Nee. Nee, also Fleisch macht einen wohl echte Satt. Ja. So, ähm, hab ich denn noch ne Kiste? Nee. Ein Dings für ne Kiste. Ein Holz. So, das Brennen geht weiter. Was geht weiter? Ich brenne weiter. Ja. Ja. So, das... Ganz viele tolle Sachen Was ist denn? Ja Was ist denn das hier? Achso LV Bench Ja So Holz cool Was braucht man denn nochmal für Generator alles an Sachen? Ähm gleich Ich guck schon Warte Generator Ach der ist einfach Iron Furnace Bio-Fuel-Generator Geothermal-Generator Ist vielleicht noch ganz interessant Kinetischer Kinetik-Generator Bio-Fuel-Generator Oder ein Buchbinder Ach ne Wir können den Geothermal hier mal ausprobieren Brauchen wir einen normalen Ein paar leere Zellen Leere Zellen sind einfach nur sechs Dingerns Also ich würde auf jeden Fall Was Ich Das ist natürlich auch ne coole Sache hier Ich bau dann jetzt mal den Geo-Tab mal Dann mach ich mal was anderes als äh Strip-Mine Genau Geh ich jetzt äh an Geh du mal weiter Geh du auch mal farm Oder geh Soll ich dir meine Hacken zuwerfen Nö Ich hab noch drei Eisen Ich hab noch vier Achso Ja nimm dann nur eine mit Hast du vier Fünf 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 Okay Wo warst du auf welcher Höhe Zwölf Also ich bin Kurz Bevor die Tür kommt Bin ich Links runter Da siehst du meinen Weg Und dann bin ich da ganz ans Ende Da ist der Da ist die Hülle Kannst du ja in die andere Richtung Hacken oder so Keine Ahnung Also da hab ich eben dann Fünfzehn Diamanten gefunden Okay